Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von How to Play Star Trek Online. Heute geht es darum, welche Waffen fliegen wir denn im Raum so schönes und was gibt es dabei zu achten. Und zusätzlich, und das ist mir am wichtigsten, welche Konsolen brauche ich denn dazu, damit ich dann den meisten Schaden auch aus diesen Waffen raushole, die ich da fliege. Dazu bin ich gerade hier mit meinem kleinen Charakter Level 15, der Wissenschaftlerin, auf dem ISD. Stehe hier schon an der Tauschbörse, weil ich hier euch gleich kurz die Konsolen zeigen will. Und ja, dann fangen wir mal kurz an. Wenn ich jetzt hier mir meinen Charakter anschaue, stellt ihr fest, dass ich hier aktuell vorne eine Feserstrahlenbank drin habe und einen Quantentorpedowerfer und hinten auch zwei Feserstrahlenbänke MK2 in grün. Diese Items habe ich jetzt durchs Questen bekommen. Warum habe ich diese bekommen? Jede Fraktion, wenn ihr sie levelt, hat dementsprechend seine Energiewaffenarten, die sie standardmäßig bekommen. Föderation bekommt halt Feserwaffen. Die Klingonen bekommen Disruptor und die Romulaner bekommen Plasmawaffen. Ich kann auch nur empfehlen, das während des Questens so weiter zu behalten, weil ihr bekommt halt beim Questen automatisch immer wieder dementsprechend diese Gartenwaffen zur Verfügung, kostenlos. Also warum irgendwo eventuell Geld ausgeben, was man vielleicht noch gar nicht hat, dann nehmen wir doch das, was wir umsonst kriegen beim Questen. Soll hier auch Spaß machen. Dazu wichtig ist, und das ist einer mit der häufigsten Fragen, die im Spiel gestellt werden, welche Waffen muss ich denn fliegen, welche Konsolen brauche ich denn dafür und was dann immer wieder festgestellt wird von erfahrenen Spielern. Mir ging es nicht anders, wie ich nur angefangen habe. Man baut alles ein, was man kriegen kann. Ist ja an sich nicht verkehrt, bringt nur im Endeffekt nicht so ganz viel. Warum erzähle ich euch jetzt. Es hat einen Grund, warum ich alles Phaser habe, nicht nur, weil ich Sidious Quests bekommen habe, sondern das hat halt den Sinn, dass ich halt eine Energieart habe, auf die ich mich festgelegt habe, jetzt im Augenblick, aus welchen Gründen auch immer. Und diese Energieart möchte ich halt verstärken, und zwar Phaser. Dafür habe ich hier unten den taktischen Bereich, taktische Konsolen. Und die taktischen Konsolen verstärken alles, was ich so an Energieschaden oder Projektilschaden raushauen kann. In dem Fall habe ich hier jetzt schon standardmäßig eingebaut. Auch durchs Questen bekommen wahrscheinlich einen Phaserrelais, MK1 in Weiß. Das ist so das Kleinst, was es überhaupt gibt im Moment. Das gibt mir jetzt plus 3,8% Phaserschaden im Spiel, beziehungsweise auch meine Waffen im Spiel. Warum baue ich jetzt hier nicht andere Konsolen ein, die mit Schadensplus auf Strahlwaffen gehen? Das zeige ich euch einmal. Und zwar, deswegen stehe ich hier in der Tauschbörse. Und wenn wir jetzt hier einmal suchen nach Verstärkern für den taktischen Bereich, gibt es hier jetzt eine Konsole, die da heißt Strahlenwaffenschaden plus 15%. Ist ja schon mal nicht schlecht. Okay, das ist jetzt hier eine MK10 in den grünen. Aber warum sollte man die eigentlich nicht nehmen, obwohl es sie auch im Norfolk des Questens gibt? Ist ganz einfach, weil der Schaden, den wir dadurch machen, weniger ist, als wenn wir dieses Phaserrelais nehmen, was ich jetzt schon eingebaut habe. Also wir merken uns einmal, MK10 in grün ist plus 15% Strahlenwaffenschaden. Das heißt, damit kann ich alle Strahlenwaffen verstärken, die es so gibt. Ich muss nicht auf Phaser oder auf Disruptor oder auf Plasma achten. Ist ja nicht schlecht. Aber, wenn wir jetzt mal gucken, was die MK10 in grün bei Phaser so an Schaden bringt. Wir müssen mal schnell schauen, wo haben wir denn eine? Hätte ich ja vorhin beworben können, aber ich bin ja von Natur aus geizig, was so in Gamewebungen angeht. Bin ich ja ganz ehrlich. Ich hatte, da ist eine MK10 in grün. Und was bringt die uns? Plus 22,5% Phaser-Schaden. Das heißt, wir haben 7,5% mehr Schaden, nur weil wir anstatt einer Konsole genommen haben, die Strahlenbänke verstärkt, eine Konsole genommen haben, die unseren Energieschaden verstärkt, nämlich den Typ, auf den wir uns festgelegt haben. Phaser. Das heißt, ich habe jetzt den Vorteil, wenn ich dieses Phaserschadenrelais nehme, dass ich, egal welche Waffe ich mir dort einbaue, solange sie Phaser ist, bringt mir diese Konsole immer einen Schadensbonus. Bei der anderen Konsole, die wir uns eben angeschaut haben, ist es andersrum. Da muss ich mich halt auf Strahlenbänke festlegen und muss mich nicht auf die Energieart festlegen. Warum nehmen wir die Konsolen grundsätzlich im Spiel? Das hat sich auch so eingebürgert. Ergibt sich logischerweise aus dem Schadenswert, weil wir eine Plus 22,5% logischerweise mehr Schaden bringen als eine Plus 15%. Dazu habe ich halt, wenn ich mich dann auf diese Phaserwaffen festlege und diese Konsolen benutze, um diese zu verstärken, immer die Freiheit zu sagen, ich möchte heute keine Strahlenbank fliegen, sondern ich möchte eine Dualstrahlenbank fliegen, beziehungsweise auch Kanonen fliegen. Oder Gefechtstürme haben wir auch im Spiel. Das heißt, wir haben, solange wir in dem Bereich des Phasers, der Phaser-Energie bleiben, können wir mit dieser Konsole, Phaser-Relay, immer den Schaden erhöhen, den wir rausschießen. So. Und das ist eigentlich auch schon die ganze Hexerei, wenn wir uns unseren Charakter anschauen, unser Schiff, und wir sagen, okay, wir haben uns auf Phaserschaden festgelegt, und Torpedos bleiben immer außen vor. Torpedos haben eigene Verstärker, die auch im taktischen Konsolenbereich eingesetzt werden. Man benutzt sie aber nicht. Warum? Weil sie zu wenig bringen. Der Phaser schießt öfter, hat einen höheren Schadenswert, als wenn ich den Torpedo abfeuere. Die Zahl sieht zwar höher aus, aber wie oft kann ich diesen Quantentorpedo abfeuern? Nämlich sehr viel weniger als die Phaser-Waffen selber, die Energiewaffen. Deswegen wird im Spiel eigentlich keiner, der ein bisschen Erfahrung hat, in der Regel mit einer Konsole rumfliegen, die Projektilschäden erhöht. Auch hier gibt es aber auch das zur Info immer spezifisch. Das heißt, wenn ich hier einen Quantentorpedo-Werfer habe, gibt es eine extra Verstärkungskonsole im Projektilbereich, die halt Quantentorpedo-Werfer verstärkt. Um euch das kurz zu zeigen, können wir hier in unser Crafting-System gehen, F und E, und wenn ich jetzt an der Projektilwaffen schaue, habe ich hier die Verstärker, die ich einbauen kann, oder halt hier jetzt im Moment halt, ja, bauen kann, wenn ich das möchte. Hier habe ich wieder alle Waffenart, oder alle Energiearten, von Antiproton bis Tetrion-Schaden, und dazwischen habe ich hier einmal diesen mehrfach gelenkten Energieverteiler, den ich euch gerade im Auktionshaus gezeigt habe. Wie gesagt, er bringt uns an sich nicht wirklich viel, weil die Werte, die wir dadurch erhöhen können, sehr viel weniger sind, als wenn wir halt eine Konsole nehmen, die die Energieart erhöht. Das gleiche haben wir bei Kanonen auch nochmal. Und zwar, wenn wir dann hier auf Konsolen gehen, haben wir hier wieder alle unsere Energiekonsolen drinne, aber wir haben hier unten noch die Vorbrennkammer. Die Vorbrennkammer ist genau das gleiche wie der andere Verteiler, der erhöht halt Schaden auf alle Kanonenarten. Ist aber genau der gleiche Wert wie bei Vorbrennkammer. Er ist weniger oder niedriger halt dementsprechend wie bei den Energiewerten. Also lassen wir die Finger davon, weil das bringt uns nicht viel. Zur Vervollstellung einmal die Projektilkonsolen. Die haben wir hier alle. Und das ist wieder von Konyton bis hin zu Trikobalt, Torpedowerfer. Die Konsolenverstärker gibt es dort alle. Brauchen wir auch nicht, weil der Schaden, der aus den Torpedos rauskommt, gut genug ist und wir, sehr viel wichtiger, die Schadenserhöhung in den Energiewaffen brauchen und nicht in den Projektilwaffen. Ja, das ist schon die ganze Hexerei im Endeffekt. Wie gesagt, achtet darauf, dass ihr immer bei einer Variante bleibt, ob es ein Faser, Disruptor, Polaron, Tetrion oder Plasma ist, ist es vollkommen egal. Solange ihr dieses bei einer Waffen Energieart bleibt und dementsprechend immer eine passende taktische oder die taktischen Konsolen, nämlich so wie immer möglich ist, einbaut, werdet ihr keine Schwierigkeiten haben, auch bis ins Endgame nicht. Im Endgame, das ist dann wieder noch ein bisschen anderer Schnack, da gibt es dann noch ganz tolle Konsolen in den Flotten, das sind dann die Gilden bei Star Trek Online, wo wir besondere taktische Konsolen bekommen, die noch mehr tun, als nur Faserschaden erhöhen. Das heißt, noch was zusätzlich on top. Aber halt, wie gesagt, dazu später mehr. Das soll es erstmal gewesen sein. Ein kleiner Hinweis noch, wenn ihr unterwegs seid, ich kenne es von mir auch sehr, bei der Torpedo hinten ist immer ganz cool, bringt aber nicht wirklich viel, weil er nur abfeuert, wenn er ein Ziel vor der Nase hat. Also, deswegen, behaltet den Torpedo immer vorne und maximal ein Torpedo. Alles andere ist wieder nur Verschwendung. Somit viel Spaß beim Spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die kleine Lektion, welche Waffen sollte ich fliegen und welche Konsolen dazu, die taktischen. Für den Bereich der technischen Konsolen, Wissenschaftskonsolen und den Rest werde ich später noch mal ein Video machen. Genauso wie, welcher Charakter oder welche Klasse taktisch, technisch, Wissenschaft sollte in der Regel welches Schiff spielen, damit es Spaß macht und vielleicht um auch ein bisschen Story zu erleben oder selbst zu spielen. So, das war es soweit. Ich bedanke mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen helfen. Es hat ein bisschen